Zuhause, das erste an das ich denke, ist der Garten. Der Duft von Flieder, wenn ich die Treppe raufgehe, der Teich, hinter dem mal Apfelbäume standen. Der Duft von Flieder, wenn ich die Treppe raufgehe, ist der Duft von Flieder. Die Vögel. 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 Untertitelung. BR 2018 Der Garten ist immer voller Leben.